So, schönen guten Morgen zum Start in die neue Handelswoche. Bombenwochenende, Bombenwetter gewesen. Ein paar tolle Nachrichten, die wir jetzt am Wochenende noch reinbekommen haben. Die nicht so tolle Nachricht, wir müssen heute leider auf Frankfurt verzichten, steigen also gleich in die Märkte ein und schauen uns das Ganze mal an, wie es sich darstellt. Der DAX heute dürfte in etwa zumindest behauptet starten. Die letzten fünf Handelszahlen, die sind ja nicht ganz so glücklich ausgefallen, aber dazu kommen wir später. Also zunächst schauen wir uns mal an, was denn die Märkte so treibt. Es waren am Freitag vor allen Dingen die Tech-Werte, die hier tatsächlich dafür gesorgt haben, dass die Anleger in guter Laune gewesen sind. Ist das die richtige? Das ist die richtige Kamera. In guter Laune gewesen sind. Wir haben von den großen Tech-Unternehmen hervorragende Quartalszahlen gesehen. Es sind die Profiteure der Corona-Krise. Das hat sich in den Q2-Ergebnissen auch letztendlich wieder gespiegelt. Und deshalb ging es tatsächlich rasant nach oben. Gemischtes Bild heute tatsächlich in Asien. Und jetzt ein bisschen was, was die Anleger halt einfach zu verdauen haben. Unter anderem natürlich die Neuinfektionszahlen. Und da wollen ja eigentlich die schlechten Nachrichten eher nicht abreißen. Gold vor dem Hintergrund weiterhin der Aufwärtsbewegung. Die Rallye, die sich in den vergangenen Tagen jetzt so ergeben hat. Das hat natürlich durchaus mit Corona zu tun. Es hat mit den ganzen Hotspots weltweit zu tun, dass einige Regierungen schon wieder anfangen, regional Lockdowns zu verhängen. Und es sieht so aus, als wenn wir tatsächlich irgendwo später, zwei, drei Wochen, irgendwann vielleicht mal wieder dieses Szenario vor Augen haben werden. Weil, wie gesagt, die Neuinfektionszahlen so stark nach oben gehen, dass einem eigentlich kaum noch andere Möglichkeiten bleiben. Also bei Apple, da gibt es immer andere Möglichkeiten. Das waren zunächst einmal die Bombenquartalszahlen, die letztendlich der Konzern gemeldet hat. Haben wir uns genügend mit und drüber unterhalten. Was momentan die Aktie natürlich interessant macht, jetzt die ganzen Analysten, die hinterhergekommen sind und die nochmal draufgesattelt haben mit ihren Kurschen. Also ganz, ganz wenige kritische Stimmen. Vor allen Dingen aber ist es der Split, der hier angekündigt wurde und der so ein bisschen die Fantasie anregt. Am Ende geht es darum, den Aktienkurs optisch nach unten zu bringen. An den fundamentalen Bewertungskennziffern ändert sich überhaupt nichts. Es werden dann einfach nur sehr viel mehr Aktien in einem bestimmten Umtauschverhältnis im Markt sein. Das heißt, wenn Sie Apple-Aktien haben, dann haben Sie danach mehr Apple-Aktien in Ihrem Depot. Der Preis dafür niedriger. Wenn Sie das Ganze unterm Strich zusammenrechnen, bleibt es am Ende dasselbe. Erinnert mich ein bisschen an Ende der 90er Jahre. Da war das ein großes Modethema. Viele Unternehmen haben, nachdem der Aktienkurs nach oben gelaufen war, einen Split durchgeführt. Das hatte optische Gründe, weil dann ganz einfach mehr Anleger zu diesen niedrigeren Kursen einsteigen konnten und sich die Aktien auch letztendlich kaufen konnten. Microsoft, das ist die erste große Nachricht vom Wochenende gewesen. Sie kennen vielleicht TikTok. TikTok ist dieses chinesische Phänomen Live-Videos. Sie können kurze Videos drehen. Andere können sich die anschauen. Das hat wie einen Flächenbrand über den Planeten gelaufen. Das Unternehmen ist ja noch gar nicht so alt. Noch erst ein paar Jahre. Trotzdem schon in mehr als 100 Ländern aktiv mit hunderten Millionen Nutzern. Die haben 2017 bereits, ich denke es war ein Umsatz von etwa 17 Milliarden Dollar erzielt. Neuere Daten sind schwierig zu bekommen. Aber sie sind ein Dorn im Auge des amerikanischen Präsidenten, der sagt, die gehen mit ihren Nutzerdaten schlampig um. Und vor allen Dingen befürchtet der US-Präsident, dass amerikanische Nutzerdaten nach China transportiert und dort analysiert werden. So, das ist der Grund gewesen, weshalb er überlegt hat, TikTok in den USA zu verbieten. Und jetzt soll in einem Szenario das Weiße Haus Microsoft 45 Tage Zeit gegeben haben, um TikTok, zumindest das amerikanische Geschäft, zu verkaufen. Dazu würde, glaube ich, dann auch noch Kanada gehören und letztendlich soll, glaube ich, noch Australien ein Gespräch sein. Wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, was bedeutet denn das? Also man muss sagen, Microsoft hat schon mal eine riesige Übernahme gestemmt, nämlich 2016 LinkedIn. Das war der eine Punkt. Zum Zweiten, also sie haben durchaus Erfahrung, sie haben auch das Geld. Sie haben 52 Milliarden Dollar in der Kasse laut Bloomberg. Das heißt, wenn wir überlegen, was dieses US-Geschäft von TikTok wert sein könnte, dann müssen wir natürlich ein paar Krücken nehmen, ein bisschen über Bande spielen. Dann sehen wir, okay, vielleicht Snapchat, die irgendwo in diese Bewertung reinpassen würden, mit sehr viel weniger wahrscheinlich Nutzern, aber einer Bewertung von 32 Milliarden Dollar. Also Pi mal Daumen dürfte das natürlich sich oberhalb von 15 Milliarden abspielen. Microsoft könnte es vermutlich relativ locker stemmen und die einzige Frage wird sein, inwiefern oder wie gut das vom Markt angenommen werden wird. Es ist ganz viel noch im Nebel. Man weiß nicht viel. Wir haben nicht viele Details zu dem Deal. Wir wissen, wie gesagt, 45 Tage. Sie sind schon in Gesprächen und jetzt muss man schauen, ob Microsoft das gewuppt bekommt. Microsoft übrigens hat dem amerikanischen Präsidenten versichert, man ist sich dieser Gefahr. Und gerade was die Datensicherheit betrifft, man ist sich dessen gewahr und man will dann da natürlich auch die entsprechenden Verbesserungen einführen. Also sehr interessant. Sicherlich das Thema, was uns in den kommenden Tagen, nein, Wochen noch hier beschäftigen wird. Amazon ebenfalls einer der Top-Werte gewesen an den US-Börsen am Freitag. Auch hier Q2-Zahlen, das war zum Niederknien. Mehr als 8 Milliarden Dollar über den Erwartungen dessen, was insgesamt von den Analysten für den Umsatz erwartet wurde. Nämlich knapp an die 90 Milliarden Dollar ran. Einen fetten Gewinn, den das Unternehmen erzielt hat. Also Wachstum in allen Bereichen. Das Einzige, die Cloud lief etwas zurück. Aber das hat die Märkte nicht sonderlich beeindruckt und die Anleger nicht sonderlich beeindruckt. Deshalb ging es hier weiter nach oben. Und mittlerweile die Kursziele lauten ja auf 3.600. Ich glaube, ich habe sogar schon 3.800 Dollar gesehen. Also die Analysten weiter zuversichtlich. Wobei mir das jetzt etwas sehr schnell geht. Der DAX-Szenar warten wir dann, ich hatte es gerade gesagt, zumindest mal behauptet, wenn sich in den letzten paar Minuten nichts geändert hat. Die letzten Handelstage nicht so schön gewesen. Viele deutsche Unternehmen, die ihre Quartalszahlen gemeldet haben. Und es zeigt sich eigentlich nur die Realität jetzt in den Büchern wieder. Das zweite Quartal war zum Abhaken, um es so auszudrücken. Autowerke geschlossen, die Geschäfte geschlossen. Und wie gesagt, das sehen wir jetzt gerade in den Büchern. Das musste dann auch erst mal verarbeitet werden. Wenn Sie dann schauen, wir haben jetzt hier mal die letzten fünf Tage im DAX genommen. Und dann schauen Sie sich an, was gefragt war. Es waren vor allen Dingen die defensiven Werte, wie beispielsweise eine Vonovia oder auch eine deutsche Wohnen. Das müssen wir noch kurz zurück. Denn die Automobilbauer da unten am Ende, weil es halt einfach Riesenprobleme gibt. Heute Morgen übrigens die Nachricht von Daimler, dass man unter Umständen mehr als die geplanten 450 Millionen Euro einsparen kann durch diese ganzen Sparmaßnahmen. Aber man will auch nicht weitere Jobstreichungen ausschließen. Siemens Healthineers, das war ebenfalls eine sehr interessante Nachricht. Die werden jetzt nämlich einen richtigen Schluck aus der Pulle nehmen. Die werden einen US-Konkurrenten, einen Variant, übernehmen. Medical Systems, hat mir der Kollege gesagt. Und das Ganze 16 Milliarden Dollar. Warum ist das interessant? Einerseits, weil Brian im Bereich Medizintechnik für Krebsanwendungen letztendlich tätig ist. Also man kann sich hier breiter aufstellen. Das ist das eine. Und zum Zweiten, weil wir in eine Größe reinwachsen, die aus Sicht auch von Siemens Healthineers dafür ausreichen könnte, dass man dann im kommenden Jahr in den DAX aufsteigen wird. Morphosis, die haben die FDA-Zulassung in den USA für Mord 208 bekommen. Ein Krebsmedikament, das zusammen mit Insight vermarktet wird. Da ging es für die Aktie schon am Wochenende kräftig nach oben. Plus 22 Prozent, hat der Kollege gemeint. Also da steht auf jeden Fall heute der Sprung, wenn alles gut geht, der Sprung über diese horizontale Widerstandslinie an. Und beim Hardax haben wir uns ebenfalls mal die Move rausgelassen, auch hier. Fünf Tage waren natürlich die guten Zahlen von Delivery Hero, die wir gerade für das zweite Quartal gesehen hatten. Dann Kursziele-Anhebungen, die es gegeben hat, die dafür gesorgt haben, dass die Aktie nach oben gelaufen ist. Auch hier unten Volkswagen, davon wollte momentan keiner was wissen. BMW ebenfalls unten mit dabei und so weiter und so fort. Wenn wir zurückschauen nochmal ganz kurz, HelloFresh natürlich auch eine der Momentum-Aktien, die immer dann, wenn es kriselt, denkt man natürlich immer, aha, das ist eine mögliche Geschäftsbelebung. Delivery Hero, hatte ich gerade gesagt, ohnehin einer der Top-Werte und heißer DAX-Aspirant. Wir sind ein bisschen skeptisch, weil wir sagen, okay, auf dem aktuellen Kursniveau, muss man sagen, ist sehr, sehr viel Fantasie mit eingepreist. Der NRV liegt, also das, was letztendlich die Beteiligungen wert sind, der liegt deutlich unter dem, was momentan für die Aktie aufgerufen wird. Das heißt, trotz allem Wachstums, jetzt müssen die erstmal liefern und der Markt wird natürlich nicht immer größer. Die Marktplayer, die wir sehen bei den Lieferdiensten, da wird der Markt mittlerweile aufgeteilt. Und dann wird es sicherlich schwierig, hier noch vernünftige Kaufkandidaten letztendlich auch zu finden, um das eigene Wirken dann zu vergrößern. Hypoport, die haben gute Q2-Zahlen vorgelegt. Das EBIT ist um 8% auf 6,6 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz 88,8 Millionen. Läuft also gut für den Kreditvermittler. So, das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Verspricht eigentlich ein ganz ordentlicher Handelsauftrag zu werden. Mal schauen, ob die Amerikaner am Nachmittag an die starke Performance vom Freitag anknüpfen können. Aber das sehen wir dann am Nachmittag. Bis dahin. Gute Zeit. Gute Kurse. Tschüss.